Hm, von hier oben sieht es so friedlich aus. Jo. Dann. Verreisen wir mal, ne? Und zwar dahin. Abgestürzt sind sie. Ach, da waren wir doch schon auf der Raumstation, hier, ne? Sieht so aus, als müssten wir da nochmal hin. Oh, hier. Neuer Skillpunkt. Dann kurz gucken. Hm. Buxen. Sozialbündern. Dieb. Gastronomie. Handel. Handel ist, glaube ich, wichtig. 5% billigern, verkaufst 10% teurer. Klingt wie so ein Hinterhof-Autohändler. Den Skill brauche ich. So. Wollte gar nicht schießen. So. Und dahin fliegen kann ich nicht, ne? Das ist so dumm. Jetzt muss ich hier wieder raus. Und dahin, oder wat? Ja. Landen. Ach, da war ich doch auch schon mal. Aber nur zum Rumlaufen und gucken. So. So. Viel Glück bei der Suche nach Barrett. Halte auch nach heller Ausschau. Ja, natürlich. So. Außerweit. Cooler Sprung. Was? Extreme Kälte. Na komm, dann beeilen wir uns lieber. Dann wird uns warm. Hui. 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 Hätte ja auch ein bisschen näher landen können, ne? Du bist Pall. Was passiert denn? Ein Handscanner? Ja, ne, ne, ne. Ja. Chlor-Austritt. Einpacken. Chlor ist immer Chlor. Hallo. Jemand zu Hause? Ja. 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 Ah, hier. Sprich mit Heller. Hi, Heller. Halt still. Ich werde dich verarzten. Ich bin nur eine Halluzination, Heller. Deine letzten Gedanken gelten mir. Äh, ich würde ja lachen, aber die Schmerzmittel vernebeln, äh, alles. Mach nicht alles schlimmer, als es für den armen Mann schon ist. Ey, lass mich. Als man uns auf das Piratenchiff schleppte, hatte ich Todesangst. Bear it so. Sorry, Bruder. Ich hole uns hier raus. Vertrau mir. Vertrau mir, sag ich immer, wenn man mir nicht trauen sollte. Er hatte also einen Plan. Äh, nichts. Äh, was diesen Namen unbedingt verdient. Hä. Das erklärt nicht den Absturz. Oh. Oh. Dazu komme ich noch. Er wollte, dass wir einen Kampf anzetteln, damit die Piraten denken, sie müssen eingreifen, bevor einer von uns stirbt. Er brüllte, der Junge ist ein Killer. Wie soll ich mich gegen diese Zähne zur Wehr setzen? Der beißt mir das Gesicht ab. Hätte nicht gedacht, dass es klappt. Aber sie kamen tatsächlich. Dann ging das Handgemengelos und Barrett griff nach einer ihrer Waffen. Und er hat jemanden erschossen, den er nicht hätte erschießen dürfen. Bingo. Er schoss den Piloten in den Rücken und direkt in die Flugsteuerung. Ja, das ist schlecht. Wir dürften wie ein Stein aus dem Orbit. Ich verlor das Bewusstsein. Als ich aufwachte, grenzte er mich an, als wäre nichts gewesen. Du hast die Party verpennt, Hella. Da rette ich dir mal den Hintern und du bekommst es nicht mal mit. Dann macht er diese Schussgeste mit dem Zeigefinger. Aber Barrett ist nicht hier. Ich muss ihn finden. Oh, stimmt. Damit hätte ich anfangen sollen. Die Schmerzmittel vernebeln alles. Zum Glück tauchte dann ein Schiff auf. Doch dann sah ich, dass es zur Crimson Fleet gehört. Und dann meinte Barrett, ist schon in Ordnung. Ich krieg das hin. Er murmelte ihnen etwas zu. Dann waren sie weg. Die Crimson Fleet hat ihn. Schon wieder. In der Kürze liegt die Würze. Die Piraten haben Barrett. Sie haben ihn. Warum? Ich war nicht die ganze Zeit wach, aber ja, schätze schon. Vor ihrem Grafsprung empfing ich ein Signal. Muss Barrett gewesen sein. Ich konnte es mir noch nicht anhören. Bringen wir die auf die Füße. Ja, Hauptsache, ich muss erst mal kein schweres Gerät bedienen. Gib mir eine Sekunde. Das Schlimmste sollte... Ja, das wird schon. Wird schon. Jetzt kann ich wieder Sprüche reißen. Gib Bescheid, wenn du los willst. Und die kann ich auch rekrutieren. Dann tun wir das. Hallo? Sprich mit mir. Hallo? Hast du immer noch Platz für mich auf deinem Schiff? Ich muss von diesem Felsen runter. Ja, komm mit. Fehlt mir Platz. Oh, weiß ich gar nicht. Da bin ich aber erleichtert. Ich dachte kurz, du lässt mich zurück. Was steht heute auf dem Plan? Crew kann gelandeten Schiffen überall zugewiesen werden. Aktuell keine Aufträge für Hella. Wo ist er? Da, Hella. Oh. Dann habe ich wirklich keinen Platz. Würdige. Außenposten. Habe ich keinen. Ja, dann bleibt halt doch hier, ne? Alles klar. Dann bis später, Boss. Danke, dass du mich mitnimmst. Okay. So. Die Notübertragung. Gehen wir mal ins Inventory. Wahrscheinlich, ja. So. New Items. Wie sind wir in den Scheiß reingeraten? Sei mal still. Ich versuche, den Graf-Sprungpunkt zu berechnen, bevor wir außer Reichweite sind. Außer Reichweite von was? Von dem Sensoren-Array auf Vectera. Denk doch mal mit. Sobald wir aus dem Sternensystem sind, sinkt die Bandbreite von sofort auf quasi nie. Was hilft es denn, eine Nachricht darunter zu schicken? Willst du Lynn etwas sagen, wie übel es für uns aussieht? Sie hat ja nicht mal ein Schiff. Du unterschätzt, wie viele Bewunderer in der Galaxie habe, Hella. Irgendeiner darf... Du hast Paddel. Ich möchte nicht einfach... Schmeiß weg. So. Du hast der Flit jede Menge Ärger bereitet, Barrett. Hey, seit wann ist es denn Ärger bereiten, wenn man sich einfach nur gegen Angriffe wehrt? Hey Pilot, kannst du dann den Arm ein bisschen nach links tun? Ich sehe die Instrumente nicht. Nicht bewegen. Er will unser Ziel herausfinden. Wahrscheinlich überträgt er gerade die Unterhaltung, während wir noch im Orbit sind. Ah ja. Ich dachte, das wäre recht offensichtlich. Okay, okay. Weg mit der Waffe. Ich bin fertig. Siehst du? Meine Netzhauter sind nicht auf die Konsole gerichtet, sondern auf die tolle Sicht ins All. Fesselt ihn. Auf der Basis amüsieren wir uns dann. Okay. Basis. Noch eine neue Seite. Ich habe gerade abgelegt. Das ist mein Anderer. Ablegen. Nein. Egal. Egal. Reise nach Bessel 3. Ja. Bessel ist es. Herr Digga. Wo läuft der hin? Lassen gehen. Da oben. So. Wo ist unser Raumschiff? Ist hier, ne? Wo ist unser Raumschiff? 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 Er hat doch aber noch was anderes. Äh. Wie war das? Lh. Okay. Sieht an die Arbeit. Sonstiges. Feuerprobe. Mission. Aktivität. Platziere bei Handscanner ein Außenpostensignal. Aha. Oh, hier oder was? Hm. Was sind die Banditon? Mal kurz gucken. Äh. Hallo? Hallo? Ah, jetzt ja. Ja, Handscanner. Äh. Na, da muss ich doch auch wieder ins Inventar, ne? Ist ja keine Knarre eigentlich. Kann trotzdem mal gucken. Handscanner? Oder bin ich falsch? Was ist denn sonstiges? Verdammt. Das ist halt immer das Problem, wenn man so lange ein Spiel nicht mehr spielt. Man vergisst einfach alles. So, Handscanner. F. Wasser. Landeplatz. Frontier. Abgestürztes Schiff. Okay. Was ist das? Unbekannt. Unbekannt klingt gut. Ah, da läuft er rum. Chlor. Und vielleicht kann ich ja hier einen Außenposten hinbauen. Und genau hier geht das so. Außenposten kann nicht platziert. Also, lass es mich so lesen. Extremumgebungsbedingungen erfordern höhere. Okay. Kann der wieder weg? Ne, halt. Da. Zivile Außenposten. Ah, Leute. Hin. Vielleicht können wir da unseren Kumpel hinpacken. Heller. Und dann passiert mir da nämlich nichts. Hui. Boah. Eben dachte ich, es wäre abgestürzt. Oh, schon weit, ne? Hui. Oh, guck dir das an. Geh mir richtig gebaut hier. Die Musik ist aus. Und ist da mal noch da. Spring. Oh, alter. Scheint aber niemand zu Hause zu sein. Umso besser. Cool. dye... Oh, salah. Aus dir... Then... ... Oh, awesome. So. Die Musik ist aus. Oh, madre hat nie. Keiner da? Sehr cool. Das ist was zum Essen. Aber da habe ich ja mehr als genug. Mini-Miso-Suppe. Gerne. Tofu. Alles Geld. Noch mehr Geld. Noch mehr Geld. Habe ich hier was übersehen? Nein. Okay. Pharmakit. Ja. Oh, Experte. Ah, ist zu schwierig. Okay. Gut. Kannst dich gleich wieder anziehen, Sarah. Wir gehen raus. Oh, war knapp. Ach, extreme Kälte. Stell dir die so an. Oh, da hat jemand eine Tür zugemacht. Okay. Wohl doch nicht. Hallo? Ball. Okay, okay. Muss mal gucken, wie wir den Typ hier platzieren können. Niemand da. Oh. Was war das noch? Antimikrobiell. Ich hab's verkauft vorhin, ne? Dann war es wohl nicht so wichtig. Oh, und so. Zu schwierig. Okay. 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 Eine höhere Stufe. Oh, guck mal hier. Warte, was ist mit euch? Ausstellungspuppe. Okay. Okay. Lass stecken. das ist ein anderer anzug navigator trotzdem aber nicht alles da lassen brauchen wir nicht die brauchen wir immer alkane eisen nicht so wichtig im moment tablett ein praktisches system zum ausliefern von essen so neben meiner gesundheit geht es eigentlich prächtig also schade wir brauchen eine höhere stufe damit wir die basis hier besiedeln können das heißt der weg war umsonst so man kann doch zurück ins schiff springen irgendwie war das hier mich zeigen landes festlegen landeplatz erkundet schnell reise und das war schnell das inventar des dieses schiffs erkunden das habe ich jetzt aber anders verstanden muss ich zugeben ich dachte mein schiff ich gehe da hoch jetzt da rein komme ich nicht ballern parkplatz parkdeck wo ist denn hier der eingang kann man nicht rein dann halt nicht ne so kann ich jetzt nicht auch zu meinem schiff zurück springen ich könnte schwören dass ich da mal was gesehen habe naja landeplatz so geht das das ist ja der typ auch irgendwo Ich hole dich später, Digga. Versprochen. Wo sie denn? Da. Wasch dich mal. Da ist die Dusche. Achso, wir sollten auch mal die Mission wieder aktivieren. Dass wir Barrett retten können. Komm, starte mal. Landstützen eingeholt. Zielpunkt erreicht. Orbit stabil. Okay. Dann. Sternkarte und L. Und. Das müssen wir eben gucken. Das war das. Ja, geh einfach raus. Einfach. Geh einfach mal. So, das ist nicht. Das wird aber noch angezeigt hier. Lassen wir eben da hin. What? Na. Das ist doch die Raumstation, wo wir schon mal drauf waren, oder? Das zeigt hier auf jeden Fall was an. Mal gucken, ob wir da andocken können. Wow, 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 wow. Langsam. Steuern. Steuerung ist ein bisschen wild. Ah, so sieht man doch schon besser. Ja, das ist doch zum Andocken, oder? Oder geht das nicht einfach so? Ne? Alter. Machen wir ein Schiff nicht kaputt. Weg hier. Okay, wir kommen drauf zurück. So. Wo müssen wir hin reisen? Zeigt mir hier blau. So, ne, das zeigt mir nur, wo ich bin. Hm, okay. Da müssen wir hin. Schild ist komplett offline, ne? Wie war das denn? So, machen wir das Schild mal ein bisschen hoch. Paketen, Laser. Ah, dadurch fliegt man schneller. Okay. So. Da wollen wir landen. Wissenschaftsaußenposten. Okay. Geplündeter Forschungsposten. Gehen wir erstmal da hin. November 43, 20. капite. Untertitelung des ZDF, 2020